Der hat so schnell reagiert, der konnte, der hat geschossen, bevor ich die Waffe irgendwie in der Hand hatte. Es wird jetzt keine Rücksicht auf zivile Opfer genommen. Irgendwer schießt hier noch. Oh, wie der? Abgesägte Schrohrflüge, die Waffe, von der ich irgendwie zehnmal ermordet wurde. Hier Matrose. Der hält ja immer noch was aus. Das ist eine Matrose. Okay, also von den Schüssen habe ich noch genug. Brauche ich den Schlüssel jetzt überhaupt noch? Das geht wieder los mit der Aufregung. Ich fahre wieder hoch gleich. Ihr denkt euch wahrscheinlich, der steht sich ja dumm an, aber so. So leicht ist das Ganze alles gar nicht. Also alle Personen, die mir jetzt nur ansatzverdächtig vorkommen haben, nur vor der Schuhe. Kommt hier noch einer, der irgendwas sagen will? Der liegt, ne? Der liegt. Ihr habt es gesehen. Ich merke gerade schon wieder, ich habe hier, oh Gott, was ist hier in dem Raum? Muss ich hier rein? Ist hier was? Achso, ich muss da noch unsere Ruhe umbringen. Ich habe echt gedacht, dass es da oben wäre. Okay, es kann nicht schaden, noch mal in alle Räume zu gucken. Warum kann ich jetzt in den Raum halten? Ah. Hier ist doch irgendwas im Busche. Was, Tom? Aber was, was machst du? Was ist denn los? Was, was hast du vor, was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich, ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen. Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales, ich konnte einfach kein junges Mädchen tun. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen. Der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Ach, vielen, vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Ah, das will ich wohl hoffen, sonst bin ich nämlich im Arsch. So, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ist hier noch wer? Lebt da noch wer? Schießt hier noch wer für mich? Die Musik ist aus. Aber die Spannung bleibt hoch. Ist das da wer? Bevor ich irgendwas mache, muss ich erstmal in diesen Gängen hier nachgucken. Nein, gut. Wie viele Leute sind hier drin? Wer schreit denn hier noch? Geht's hier rein? Nein. Okay. Dann ist doch alles erledigt. Ich nehme mir den Krams. Montiere die Bombe. Alle heulen rum. Aber keiner regt eigentlich was mit. Naja. Raus hier. Ein ganz normaler Job. So, was passiert hier jetzt? Ja. Muss ich hier lang? Pizza kommt. Ich glaube, ich glaube, die wollen hier hoch. Ich glaube, die wollen hier als Leder. Das heißt, nichts Gutes. Wo bin ich hier überhaupt? Kann ich die Karte öffnen? Nein. Feuerwehr kommt auch noch dazu. Ich befürchte irgendwie gerade wieder, dass mir gleich schlimme Dinge passieren werden. Und es ist alles wieder beim Neustarten endet. Da hoch komme ich nicht. Äh, muss ich aber. Oh Gott, das wird doch niemals was. Ich komme doch niemals nach rüber. Ich bin so tot. Ich merke schon, ich habe hier wieder Stromschwankungen. Wenn der andere jetzt noch da ist, dann... Ja, komm. Jetzt hier rüber. Nein. Ach, verdammt. Ich brauche Patronen. So, ich brauche gleich Lebensenergie, weil... Wahrscheinlich brauche ich auch gleich einen neuen Spielladestand. Oder auch. Ich bringe euch alle um. Ich bringe euch alle um. So, jetzt aber hier. Jetzt muss es klappen. Ja. Man kann ja irgendwie nicht richtig springen. Deswegen ist das alles so ein bisschen friemelig hier. Ich kann hier nur mit der Benutzen-Taste über so kleine Erhöhungen springen. Na ja, klettern. Oh, oh. Oh, oh. Dafür ist es eigentlich perfekt. Du stirbst sowieso. Ich bin aber optimistisch, die Jungs. Ich brauche hier mal irgendeine Emission. Wenn ich den jetzt schaffe, habe ich glaube ich gleich gute Position. Nein. Ja. Da oben sind aber auch noch welche. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Das war doch eigentlich ein Headshot. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Achso, da... Nein, das sind Köpfe. Ich habe gleich ein Problem. Nein, ich habe nämlich keine Munition. Ich habe noch sechs Lebensenergie, das war es gleich. Gleich ist es vorbei. Kann ich hier rein? Woher komme ich denn hin? Ach da. Dann habe ich es vielleicht geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe gleich wieder 100 Lebensenergie. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Dreckige Hose. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.